Hallo liebe Leute, jedes Jahr geben wir sehr viel Geld aus für Weihnachten, ich eigentlich nicht, aber ist ja auch egal. Während überall auf der Welt Kinder hungern, haben ja alle viel Geld, um Geschenke zu kaufen, beschissene Geschenke. Ja, was ist sinnvoller? Einfach alte Sachen zu verschenken, denn wenn man neue Sachen kauft, muss man ja auch neu produzieren, Umweltverschmutzung und so weiter. Und diese Leute haben jetzt die Idee gehabt, alte Sachen einfach zu verschenken. Ich habe ja zum Beispiel Ulrich Wickert bekommen. Ulrich Wickert ist schon eine geile Sau, oder? Ja, oder hier, Eragon. Und dann auf der anderen Teil und dann auf Englisch, ist ja auch egal. Ich finde es eine gute Aktion, ich meine, jedes Jahr, wir geben wahrscheinlich jedes Jahr mehr Geld aus, aber es, komm, wir geben mehr Geld aus, aber am anderen Ende fehlt es. Toll, was haben wir davon? Nichts. Dann beschweren wir uns, dass alle Kinder überall Kinder hungern. Ja, wir können was dagegen machen. Wie? Wie ich gesagt habe, alte Sachen verschenken, anstatt neue Sachen zu kaufen, die eh keiner braucht. Und seien wir ganz ehrlich, brauchen wir jedes Weihnachten ein neues iPhone oder so? Nein. Okay, das war's. Euer Bitton. Ja, wir können was, 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 wir können was